Yo, cheers Leute, Captain Knife hier am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich wollte euch noch gerne ein kleines Review zu meinem Hinderer Slip Joint geben. Das habe ich ja jetzt schon eine Weile bei mir. Und ich muss sagen, das Teil schlägt sich sehr, sehr gut. Was mir besonders gut gefällt an dem Messer ist, dass es wirklich schöne, kompakte Maße hat, wie die 3 Zoll Messer von Hinderer. Wir haben hier eine komplette Klingenlänge von 7,6 cm. Und ohne Joy gemessen haben wir eine effektive Klingenlänge, also mit Schneidphase natürlich, von 6,7 cm. Von der Klingenstärke haben wir hier schön schneidfreudige 2 mm, was ich recht gut finde. Auf jeden Fall, gerade für ein EDC Messer, ein Messer, das man im täglichen Gebrauch hat. Da braucht man wirklich keine fette Klinge bei einem Taschenmesser. Und der Griff hat 10,5 cm. Der liegt mir auch wirklich gut in der Hand. Das habe ich euch schon mal beim Unboxing auch kurz gezeigt. Ich habe ja eine Handschuhgröße von 10,5 cm. Und da liegt das Messer mir persönlich sehr, sehr gut in der Hand. Weil die Griffe von den Hinderer Messern für mich persönlich sehr, sehr ergonomisch sind. Wie schon erwähnt, haben wir hier G10 Griffschalen. Und zwar hier in Oli Green, auf jeden Fall bei meiner Variante. Ich habe es auch schon letztens erwähnt. Die Griffschalen sind auch noch in Blau, in Orange, in Weiß oder besser gesagt in Gray, also Grau. In Schwarz und in Carbon Fiber erhältlich. Ansonsten zu den Griffschalen selber. Die sind hier montiert mit diesen kleinen Sechskantschräubchen auf den Platinen, die hier drunter liegen. Ich habe mir jetzt belehren lassen. Die sollen hier wirklich aus Titan sein, auf jeden Fall. Und ja, die sind hier schön angepasst, auf jeden Fall an diese Platinen. Und auch die Fräsungen stimmen hier. Ja, wirklich gut und sauber gemacht, auf jeden Fall, wenn ihr hier mal guckt. Ja, die liegen schön gleichmäßig an, auf jeden Fall. Und ja, ist auf jeden Fall sauber verarbeitet. Ansonsten haben wir hier natürlich auch noch eine Rückenfeder mit drin. Das ist ja ein Slip Joint Messer. Das heißt, das verriegelt auch nicht. Nur durch diese Rückenfeder wird die Klinge im offenen Zustand gehalten. Jetzt hat mich schon jemand gefragt, so hey, wie schaut es denn aus? Passen da auch die Standoffs von, ja, für den 3 Zoll Modellen rein? Aber das geht natürlich nicht, weil wir haben hier über den ganzen Rücken, haben wir hier eben diese Feder, diese Rückenfeder drin, die die Klinge im offenen Zustand hält und auch im geschlossenen Zustand. Also hier kann man wirklich nicht pimpen, das Messer, wie bei den anderen Modellen, bei den Flipper Modellen zum Beispiel oder auch bei den Non-Flipper Modellen. Da kann man ja diese Standoffs hier hinten austauschen in Bronze-Standoffs, in blaue Titan-Standoffs und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten bei Hinderer. Was ich ziemlich cool finde, dass es da wirklich auch so viele Möglichkeiten gibt, die Messer zu individualisieren. Geht bei dem hier nicht, da kann man hier keine Standoffs einbauen. Also das soll euch schon mal gesagt sein. Ich habe das Messer auch ein bisschen gepimpt, das zeige ich euch jetzt dann gleich von der anderen Seite. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch ein Lanyard-Hole, wenn da jemand ein Gebimsel hinmachen will. Ich brauche das nicht, aber ja, mich würde es sowieso stören. Ich finde die Stelle eh unpassend hier für das Lanyard-Hole, weil hier das Lanyard dann hier runterhängt und mich persönlich stören wird einfach am Griff. Aber ich mag Lanyards eh nicht gerne und die stören beim Arbeiten, sind nur ein Schmutzfang, ja, keine Ahnung. Aber wer es mag, finde ich ein bisschen unpassend hier die Stelle für ein Lanyard, weil das Ganze halt einfach hier im Weg umgeht beim Geifen. Hier sind jetzt schon recht viele Schrauben verbaut. Das Messer ist nicht so clean wie einige andere Messer, auch nicht so clean wie das UKPK, was ja auch ein Einhandmesser ist und ja, auch ein Slipjoint Einhandmesser. Da haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben schon auf der Seite. Mich persönlich stört das nicht, manch einer würde sagen, es ist nicht so schön gelöst, aber ich persönlich finde das jetzt gar nicht so tragisch. Wir gucken uns mal die andere Seite an. Da habe ich schon ein bisschen gepimpt hier, was ich ziemlich cool fand. Ich habe ja einen Steel Flame Clip ergattern können, schon längere Zeit und der war auf jeden Fall an meinem Flipper. Das habe ich euch schon im Unboxing-Video gezeigt, der war hier montiert an dem Flipper-Messer von Hinderer. Ich habe den jetzt umgebaut und zwar an meinen Slipjoint, weil ich das sehr, sehr passend fand, auch zu dem Odi Green, zu dem Griff. Hier mit diesem, aus Sterlingsilber ist der Totenkopf hier auch. Der wurde hier hart gelötet, also aufgelötet auf den Clip. Und wir haben hier diesen Patronenboden mit dem Kaliber 45 und auch in dem Bronze-Ton. Ich habe mir auch einen Filler-Tab besorgt. Das hier ist nicht von Steel Flame, sondern das hier gibt es bei Rivers & Rocks zu kaufen. Auch in dem gleichen Bronze-Ton wie dieser Patronenboden. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Der Original-Filler-Tab, der hätte hier auch schon wieder zwei Schraubchen drin gehabt. Und ja, so spart man sich schon mal einen Schräubchen. Sieht ein bisschen cleaner aus. Und gerade die Kombo hier mit dem Bronze-Filler-Tab und dem Patronenboden fand ich sehr, sehr cool. Also passt die richtig schön ins Bild, finde ich, bei dem Messer. Und ja, die Steel Flame-Clips sind einfach super geil, finde ich. Leider sehr schwer zu bekommen. Wenn zu bekommen, sehr teuer. Da gehen die Preise ab 200 Euro los und dann geht es auf jeden Fall aufwärts noch. Und das nur für den Clip. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal ein ganz tolles Messer davon kaufen. Von den 200 Euro oder was ganz anderes. Egal. Ja, ich wollte so ein Ding mal ausprobieren, weil ich die wirklich sehr, sehr geil finde. Die werten das Messer auf jeden Fall nochmal um einiges auf, finde ich. Als wenn man hier den normalen Clip nur drauf hat, sieht das so schon viel, viel geiler aus. Also ich bin jetzt wirklich nicht so der Freund vom taktischen Look und auch nicht von G10. Aber wenn schon Hinderer, dann mit Steel Flame-Clips, sage ich jetzt mal. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch auch mal so ein Teil ergattern, wer noch keins hat. Weil die sind ja wirklich relativ rar und nicht einfach zu finden und wie gesagt auch recht teuer. Aber ich finde, das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon von der Optik her. Sehr, sehr geil. Weil das Messer kann ich ja hier in der Öffentlichkeit auch tragen. Das ist 42a-konform, dank Slip-Joint-Verriegelung. Also keine Verriegelung in dem Sinne. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich hier noch einen schönen Clip dran habe, weil den kann ich dann auch ein bisschen präsentieren, wenn man das will. Aber es sieht einfach cool aus, wenn das Ding auf dem Tisch liegt, irgendwo in der Bar. Also ich habe jetzt das Glück, ich gehe öfter in dieselbe Bar, wenn ich weggehe. Und da kenne ich den Besitzer auch gut und der weiß schon, dass ich ein Messer-Fable habe. Und den juckt es schon gar nicht mehr, wenn ich da mein Messerchen auf dem Tisch liegen habe. Und der guckt immer mal wieder, was habe ich denn Neues dabei. Und hier bin ich einfach 42a-konform unterwegs. Mit dem Slip-Joint von Hinderer. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Jo, dann, was kann ich euch noch zeigen? Ja, die Rückenfeder. Sieht man hier nochmal in der Rückansicht. Finde ich auch sehr, sehr schön eigentlich, wie das gelöst worden ist. Ich finde die Rückenfeder schön eingepasst. Die hört hier relativ zeitnah auf. Die hätte auch bis runter gehen können. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache, wie man es optisch schöner findet. Und ja, die endet hier. Und bildet aber trotzdem einen schönen Rücken auf jeden Fall. Die ist hier im 45-Grad-Winkel nochmal angefräst. Und ja, die liegt so einfach schön im Rücken drin, finde ich. Macht hier auch noch ein schönes Gesamtbild. Trägt dazu bei. Und ja, das Messer ist einfach, finde ich, sehr, sehr gelungen. Auf jeden Fall. Zum Öffnen. Die Feder ist strammer, habe ich schon gesagt, als bei dem Modell, was ich damals auf der IWA in der Hand hatte. Was ich sehr, sehr gut finde. Weil die im geöffneten Zustand einfach auch nicht so leicht nachgibt, wenn man doch mal vielleicht hier gegenkommt. Ansonsten zur Handlage nochmal. Also hier wirklich eine sehr, sehr schöne Handlage. Ich kann hier meinen Finger auch auf die Thumbdisk ablegen. Die gefällt mir schon recht gut. Ich finde, die gehört einfach dazu. Ich habe es jetzt auch schon ausprobiert ohne Thumbdisk. Fand ich jetzt optisch gar nicht so cool. Ich mag die irgendwie. Also ich hatte bisher noch gar nicht viele Messer mit dieser Daumenscheibe. Und finde es eigentlich mal ganz erfrischend, mein Messer zu haben mit dieser Thumbdisk. Und das lässt sich hier auch schön öffnen mit der Disc. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Was ich als Manko habe bei diesem Messer. Ich sehe hier diese Rille, wo ich die Thumbdisk auch verschieben kann. Oder die mir auch als Long Pull dient, wenn ich diese Scheibe hier nicht drauf habe. Soll ja vielleicht auch an ein klassisches Taschenmesser erinnern. Wenn die Disc hier weg ist, haben wir hier so einen sogenannten Long Pull. Also keinen normalen Nail Nick, der ja viel kleiner ist. Sondern hier so einen Long Pull, den man dann auch wirklich gut benutzen kann, um das Messer zu öffnen. Ich hatte die Disc ja auch schon unten. Sieht natürlich optisch schöner aus, wenn sie bis hier vorgezogen ist, als wenn sie jetzt nur bis hierher ginge. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass es so viele Leute gibt, die ihre Thumbdisk bis hier vorschieben wollen. Weil dann müsste ich das Messer irgendwie so aufmachen und dann hätte ich es gar nicht mehr in der Hand. Also ich glaube, das ist hier nur zum optischen Zweck oder eventuell als Anlehnung an diesen Long Pull gedacht. Was ich an dieser Fräsrille hier eben als Nachteil empfinde, ist einfach, dass es ein brutaler Schmutzfang ist. Man sieht es jetzt hier auch schon so ein bisschen. Ich habe das Messer auch schon benutzt. Da sammelt sich allerlei, ja, da sammelt sich Staub, da sammelt sich Dreck, da sammelt sich Wurst, da sammelt sich, keine Ahnung, Brösel vom Semmel, da sammelt sich Butter. Egal, das ganze Schnittgut, was ich mit dem Messer schneide, sammelt sich hier drin in dieser Rille. Was ich jetzt nicht so cool finde eigentlich. Aber ja, ist jetzt nicht sehr, sehr tragisch, sage ich mal. Es ist einfach ein bisschen nervig, finde ich, weil man hier einfach auch relativ schlecht sauber machen kann. Da muss ich mit dem Zahnstocher reinpopeln oder mit einem Tempo rauswischen, wie auch immer. Also ist hier schon ein rechter Schmutzfang auf jeden Fall. Naja, man hat immer noch was zu tun, wenn man mit dem Messer Brotzeit präpariert. Man kann sich dann gleich darum kümmern, das Ding hier sauber machen. Dem einen oder anderen wird das Spaß machen. Mir persönlich nicht so viel. Deswegen wollte ich das hier als Nachteil mal betiteln, einfach so. Ja, ansonsten, von der Action her wollte ich nochmal zeigen. Ich habe es euch ja schon im Unboxing-Video gezeigt beim UKPike, was ich daneben gehalten habe. Das UKPike lässt sich super schön mit dem Daumen öffnen und dann wieder auch so schön zurückschnippen. Was hier beim Hinderer mir schwer gefallen ist. Ich habe jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass das funktioniert, weil ich dachte, das wäre eine Eigenheit vom UKPike. Doch das funktioniert schönerweise auch mit dem Hinderer sehr gut. Das hat sich jetzt ein bisschen eingespielt auch. Der Klingengang ist nochmal schöner, ein bisschen leichter geworden. Und wenn ich hier, also ich habe jetzt meine Thumbdisk hier relativ nah am Ende sitzen. Wenn ich jetzt hier mit dem Zeigefinger ein bisschen Druck drauf gebe, dann schnappt das Messer wirklich sehr, sehr schön wieder zurück in den Griff. Und das macht wirklich Spaß, mit dem Messer auch zu spielen. Ups, auf und zu. Also da kann man wirklich schön die Klinge zurückschnippen lassen ins Heft. Das wird natürlich auch dem Spielfreund gefallen, der gerne ein 42a konformes Messer dabei hat. Weil hier hat man wirklich einen schönen Spielspaß. Ich habe damit jetzt schon einige Zeit verbracht, das Messer auf und zu zu machen. Das macht einfach Spaß. Manche haben einen Spinner in der Tasche. Oder einen Spinner, wie auch immer. Ist ja wurscht. Ich persönlich halte von den Spinnern nicht wirklich viel. Ich habe da lieber mal mein Messerchen in der Tasche, wo ich dann einfach auf und zu flippen kann. Wenn ich denn was brauche, in der Hand, um zu spielen. Aber das macht hier wirklich Spaß, mit dem Hinderer auf jeden Fall. Also da können sich manche 42a konformen Einhandmesser vom Spielspaß noch eine Scheibe abschneiden auf jeden Fall. Ich habe ja hier die Slicer-Variante mit dem Slicer-Grind drauf. Das Messer, wie vorhin schon gesagt, hat eine Klingenstärke von 2 mm. Es schneidet gut auf jeden Fall. Es ist kein richtiger Slicer, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl der Anschliff darauf vermuten lässt. Ja, es schneidet gut auf jeden Fall. Also der Stahl ist auch bisher sehr schön schnitthaltig auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht keine Hard-Use-Aufgaben mit dem Messer vollführt. Ich habe jetzt meine Brotseite damit geschnibbelt. Ja, meine Brötse aufgeschnitten, mein Semmel aufgeschnitten, Wurst zerkleinert, Käse geschnitten und auch Gemüse geschnitten damit. Und das vollführt das Messer recht gut auf jeden Fall. Da kann man nichts sagen. Das macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Ich habe es einmal über das Leder gezogen, aber das hätte es eigentlich gar nicht nötig gehabt. Denn der CPM20CV ist wirklich bisher sehr schnitthaltig. Wie gesagt, richtig getestet habe ich die Schnitthaltigkeit nicht. Weil so ein bisschen Gemüse schnibbeln und Brotseite zubereiten, das kann ich mit meinem Back 110 auf jeden Fall auch machen. Und das ist danach auch noch Rasur, messerscharf. Von dem her kann ich nicht viel sagen über die Schnitthaltigkeit. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch schon mehr zum Thema Schnitthaltigkeit vom 20CV sagen kann. Der wurde ja auch bei anderen Messern schon verbaut. Vielleicht hat da von euch schon jemand Erfahrung. Und der kann mir gerne mal in den Kommentaren berichten, wie schnitthaltig der Stahl denn ist. Ja, klingen Zentrierung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die kamen auf jeden Fall schön zentriert zu mir an, das Messerchen. Und ja, lässt hier keine Wünsche offen. Natürlich auch kein Klingenspiel, Side to Side, Up and Down, ein bisschen. Nein. Also kommt hier wirklich sehr, sehr robust drüber. Für dieses kleine Messer, was relativ leicht ist. Ich habe es noch gar nicht gewogen, ehrlich gesagt. Ich weiß das Gewicht jetzt überhaupt nicht. Ich würde jetzt mal schätzen... Puh, gute Frage. An die 100 Gramm, 90, 95 Gramm? Keine Ahnung. Ich habe wirklich auch keine Specs dazu gelesen. Aber sowas soll es ungefähr haben. Jo. Die Hinderer Clips halten sehr gut in der Tasche. Auch die von Steel Flame halten auch gut in der Tasche. Und durch die Struktur von dem G10, was auch sehr angenehm in der Hand ist, sehr griffig in der Hand ist, gibt es hier wirklich nichts zu bemängeln. Das Messer hält super in der Hosentasche. Und ist immer gern bei mir dabei. Seitdem ich es habe, habe ich es eigentlich auch in der Tasche. Habe das in der Arbeit benutzt, um Kartons zu öffnen. Und wie gesagt, bei der Lebensmittelzubereitung. Sehr, sehr schönes Messer. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Wer auf 42A-konforme Slip-Joint-Messer im modernen Gewand steht, sollte sich das Slip-Joint-Messer von Hinderer auf jeden Fall genauer anschauen. Weil das wirklich auch Spaß macht. Jo. So viel dazu. Zu meinem Messer. Von Hinderer. Ich werde da noch Freude dran haben. Ihr könnt mir gerne wieder mein Video kommentieren. Ob ihr auch Erfahrungen schon gemacht habt mit euren Hinderer Slip-Joints. Auch mit dem 20 CV Stahl. Würde mich auch interessieren. Und dann sehen und hören wir uns die Tage wieder. Macht es gut. Peace. I'm out.